Seht ihr das, meine Freunde? Das ist der Ice-Shaker. Tatsächlich. Wir sind heute aber auf dem Eisberg-Channel. Eisberg-Channel mit Eisberg-E hier geschrieben. True Crime. Der König der Serien. Serien. Ted Barney. Wir schauen heute rein in das neue Parabel-Gitter-Video. Mitten von fröhlichen Gelächtern und angeregten Gesprächen. Umgeben von vertrauten Gesichtern und dem leisen Klirren von Gläsern. Es ist eine dieser Studenten-Partys in einer kleinen Wenn ich eins nicht kann, dann ist es in einer wunderschönen Wohnung, wo jeder jeden kennt oder zumindest kennenlernen kann und die Stimmung so locker und leicht ist wie die Musik, die aus den Lautsprechern tönt. Ein Abend, wie man ihn nie wieder vergisst. Du genießt die Leichtigkeit der Nacht, lachst und tanzt ausgelassen mit deinen Freunden. So langsam neigt sich der Abend aber dem Ende entgegen und deshalb entschließt du dich, den Heimweg anzutreten. Die frische Nachtluft ist eine willkommene Abwechslung zu doch recht stickig gewordenen Wohnungsluft. Kühl streicht sie über deine noch von der Party erhitzten Haut. Boah, also es gibt nichts krasseres als einen Sommer, wenn du wenn du rausgehst, es wirklich eine kühle Brise hat. Bist du deppert. Das ist krank. Das ist krank. Das vermisse ich. Die Straßenlaternen werfen ein sanftes, warmes Licht auf deinen Weg und entgegen dem lauten Rumoren der Party genießt du jetzt die Stille der verlassenen Straße. Du summst leise die Melodie des letzten Songs, der noch in deinen Ohren nachklingt und lässt deine Gedanken kreisen und um den süßen Typen aus deinem Kurs und an seine Nummer, die du in deiner Tasche trägst. Wird er sich zuerst melden? Fragst du dich, während du mit einem breiten Grinsen durch die Nachbarschaft schlenderst. Und dann denkst du, Alter, vergieß es. Doch dann, fast unmerklich, beginnt sich die Atmosphäre zu wandeln. Eine kleine Veränderung im Wind, ein Rascheln, das nicht ganz so zu dieser nächtlichen Ruhe passt. Du ziehst deine Jacke enger um dich. Ein leichter Schauer Gänsehaut breitet sich auf deiner Haut aus, obwohl die Luft eigentlich noch recht warm ist. Dein Blick streift über die dunklen Ecken der Straßen, wo das Licht der Laternen nicht mehr hingelangt. War das gerade eine Bewegung? Ein Schatten, der anders ist als die anderen? Ein leises Knacken. Vielleicht ein... Boah, ich sag's so, wenn ich in der Nacht unterwegs bin, bin ich auch immer so paranoid. Das Ding ist halt, ich gehe dann immer so durch, durch die Streets und wenn ich halt gerade, wenn ich alleine bin, dann versuche ich immer, intimidating zu wirken. Wenn mich wer ausrauben will, dann soll er wenigstens auf die Schnauze bekommen. Weißt du, was ich meine? Das Gute ist halt bei mir, so wenn du jetzt eine weibliche Person bist, dann ist es wahrscheinlich noch mal ein bisschen beschissener, weil du denkst dir so, ja okay, so dass du bist ein Ziel, was irgendwie weaker wirkt. Weißt du, was ich meine? Auch wenn du, auch wenn es nur so wirkt, aber halt so, Bro, ich bin wenigstens, ich bin relativ groß und ich habe einen Bart und sowas und ich bin recht so, so vom Körperbau bin ich so recht normal. Das heißt, ich könnte, ich könnte kämpfen auch und so. Dann denke ich immer, ja okay, wenn mich, wenn mich irgendwer attackieren wollen würde, dann würde er wahrscheinlich auf das nächste Opfer warten. Tja, habt ihr Pech gehabt? Ein Ass, der unter einem Schuh gebrochen ist? Nein, ich wurde noch nie ausgeraubt, eigentlich voll die Frechheit. Deine Schritte werden schneller, dein Herz beginnt heftiger zu schlagen. Der vertraute Weg fühlt sich plötzlich fremd an und lang, so unfassbar lang. Die Schatten scheinen sich zu bewegen, scheinen zu flüstern. Du drehst dich um, doch du siehst nichts außer der leeren Straße hinter dir. Und dann spürst du sie. Hände, kalt und fest, nach dir greifen, dich packen und dich in die Dunkelheit ziehen. Ein erstickter Schrei kämpft sich durch deine Kehle, während die Hände sich immer fest um deinen Hals legen. Panik ergreift dich. Deine Gedanken, sie rasen, sie überschlagen sich. Sein Lachen durchbricht die Stille der Nacht. Dann den Soundeffekt, den Soundeffekt haut er da rein. Ey, in dem Fall ohne Spaß. Also natürlich ist es einfacher gesagt als gemacht, aber wenn du, wenn du in so einer Situation bist, geh auf voll Gas oder voll in die Eier treten, voll mit beiden Fingern in die in die Augen und sowas rein. Immer in die Augen. In die Augen, Bruder, da kann der Typ nichts machen. Also halt, wenn es dir irgendwie gelingt, wenn du von hinten attackiert willst, dann einfach irgendwie versuchen, ein Gesicht zu finden oder was, weiß ich was. Einfach da, was richtig schön wehtun. Hörst du seine Stimme? Schaurig und spöttisch zugleich. Dreh dich um und sag, yo, du hast eine schlechte Kategorie in Call of Duty. Dann, das tut weh. So gerne fangen, Missy. Siehend heiß wird es dir augenblicklich klar. Es gibt kein Entkommen. Der Ausgang steht fest. Und hast du schon Angst? Ich bin's, dass du reparierst, Gitter. Ich bin mal draußen gewesen mit einem Kollegen und wir haben ich sag, wurscht, wir waren draußen. Das klang jetzt so ein bisschen so, als hätten wir draußen einfach aufeinander onaniert oder sowas. Nein, wir waren draußen, wir wir waren jünger, so wir haben einen Prank geplayt, okay? Wir haben einen Prank geplayt an jemanden, aber es war nichts Schlimmes oder sowas und dann es war schon dunkel und dann sind wir so weggelaufen und es war wirklich nichts Schlimmes oder sowas, aber das war einfach Kinderstreich oder sowas. Und dann sind wir so weggelaufen und ich hab mich versteckt hinter so einer, das war quasi so ein Haus, so und ich bin da nach hinten gelaufen, da war so eine kleine Einbuchtung. Und ich stehe in dieser Einbuchtung und es war stockfinst, okay? Und ich schaue so auf die Seite, auf einmal steht direkt neben mir jemand. Und ich hab mich so angeschissen, bis ich draufgekommen bin. Bruder, das war einfach ein Spiegel. Das war einfach ein Spiegelbild, aber in dem Moment, im ersten Moment du schaust rüber und da schaut dich eine Person straight an, ne? Oh mein Gott, hab ich mich angeschissen. Dritter Prank, Bro. Zuse, ey, dankeschön. Der True Crime Iceberg. Hallo meine lieben Freunde. Servus. Herzlich willkommen zurück zur neunten Folge unserer Reise in die dunklen Tiefen des True Crime Icebergs. Heute erwartet uns ein Fall, der die Kriminalgeschichte nachhaltig geprägt hat. Hab oft gehört, man soll Personen dann anbillen, weil sie denken, du bist crazy. Ich hab mal was gehört, ich hab mal was gehört, dass sie tatsächlich Leuten beibringen, wenn du irgendwie jetzt in so einer Active Shooter Situation bist, also quasi so, wenn jetzt irgendjemand wirklich so herumläuft und irgendwie, na, dass du dann irgendwas sagen sollst, um die Person zu verwirren. Jetzt zum Beispiel, in dem Beispiel hat er halt gesagt so, ja, wenn dann jemand auf dich zukommt und sowas und halt dann dich eventuell, ne, dann sollst du sowas sagen wie, ja, das geht, also heute kannst du es nicht machen, weil heute ist Dienstag und am Dienstag da darf man keine Waffen mitnehmen oder sonst was. Und dann ist die Person im ersten Moment so, hä, what the fuck? Und, äh, und das gibt dir halt dann genug Zeit, um irgendwie wegzulaufen. Und das, da hab ich öfter drüber nachgedacht, weil es ist echt interessant, weil im Grunde genommen bist du halt immer noch ein ganz normaler Mensch und so deine Uhr, nicht Instinkte oder sowas, aber halt so, wenn dir jemand etwas sagt oder wenn irgendjemand sich anders verhält, als du es expectest, dann, dann bist du einfach puzzled und dann weißt du nicht genau, wie du damit umgehen sollst. Und das ist eben der richtige Weg. Und dem meisten von euch bekannt sein sollte. Dieser Fall hat nicht nur den Begriff des... Und ihr wisst, wie das ist mit Geistern, na, einfach die Hose runterziehen, weil es, Digga, es wird dich niemals ein Geist attackieren, wenn du die Hose runter hast. Einen Mörder ist geprägt, so wie wir ihn kennen, sondern wird das einer der berüchtigsten Fälle in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Begleitet mich auf eine kleine Rundreise, auf den Spuren eines Mannes, dessen charmante und sympathische Art eine ganze Nation täuschte. Von den Weiten des... Ja, ähnlich wie beim Parabelritter, der hat mich auch getäuscht, ja. Der hat mich auch am Oral. Über die malerischen Landschaften von Utah und Colorado bis hin zu den sonnigen Stränden Floridas tauchen wir gemeinsam ein in die Welt von Ted Bundy, einem Meister der Täuschung, dessen grausame Taten die Illusionen einer Heilengesellschaft für immer zerstörten. Ne, das war kein Hobby-Psychologe. Das sind wirkliche verhaltenspsychologische Tricks. Natürlich kannst du das nicht machen, wenn da jetzt wirklich jemand herumläuft und sowas, weil wenn du aktiv mit dem eh schon konfrontiert bist und mit dem reden kannst, dann sollst du halt irgendwas sagen, um den zu verwirren oder sowas, weil halt, yo, was willst du denn dem sonst sagen? Bitte schieß nicht, naja, obviously. Aber weißt du, was ich meine? Und wenn es etwas gibt, das uns bei diesen Kriminalfällen mittlerweile fast schon vorhersehbar auffällt, ist die erschreckende Inkompetenz der Strafverfolgungsbehörden. Spoiler alert, der Fall von Ted Bundy bildet hier leider keine Ausnahme. Tatsächlich gelang es ihm nicht nur einmal, sondern gleich zweimal den Fängen der Justiz zu entkommen. Tja, hätte man da einfach nur besser hinsehen müssen? Oder könnte vielleicht sein gutes Aussehen und sein unwiderstehlicher Charme eine Rolle gespielt haben? Hm, wer weiß. Seid ihr bereit, dieser Frage und vielen weiteren auf den Grund zu gehen? Die Paraboration hat so hart geatcht vor dem Video, damit er so klingt. Dann lasst uns eintauchen in die Welt von Ted Bundy. Theodore Robert Bundy. Ein Name, der oft in einem Atemzug mit anderen berüchtigten Serienmördern wie Jeffrey Dahmer oder John Wayne Gacy genannt wird. Er hat allerdings meiner Meinung nach auch viel gemeinsam mit Joachim Kroll, dessen Verbrechen wir in der letzten Folge bereits untersucht haben. Denn Bundy machte ebenfalls in den 70er Jahren, genauer gesagt zwischen 1974 und 1978 im Verborgenen Jagd auf junge, unschuldige Frauen und Mädchen. Die offizielle Anzahl der Opfer wird zwar auf 30 geschätzt, allerdings besteht auch in diesem Fall der Verdacht, dass weit mehr Frauen ihm zum Opfer gefallen sein könnten. Und viele dieser Fälle könnten schlichtweg unentdeckt oder ungelöst geblieben sein. Doch müssen wir an dieser Stelle zunächst einen Blick in die Vergangenheit wagen. Denn zu dieser Zeit hatte die Frauenbewegung der 1950er und 60er Jahre bereits den Weg mit mehr und ab... Der Ritter hat eigentlich keine Hose an. Ey, for real, for real. Ey, ganz kurz, ich war damals mal, da war die, was war da, EM oder irgendwas und da hat Österreich gegen Italien gespielt oder irgendwie so, ich weiß nicht, in meiner Remembrance oder zumindest waren die Italiener, italienische Nationalmannschaften waren in Österreich und da hat irgendwie trainiert oder was weiß ich was. Und da war ich noch ein Kind, da war ich irgendwie acht, neun Jahre alt und da war ein Reporter draußen, so ein News Reporter und der hatte einen Anzug, also so Anzug, Helm, Krabatte, dies, das und eine kurze blaue Hose oder sowas, einfach wie so eine Badehose hatte der an. Und dann ist er so gestanden und die haben ihn halt so gefilmt, ne? So lustig, oder? Also ich würde es genauso machen. ...Abhängigkeit und Freiheit geebnet, vor allen Dingen in der Arbeitswelt. Diese Errungenschaften forderten allerdings einen Preis. In den 70ern, einem Jahrzehnt, das von Inflation, dem Vietnamkrieg, dem Watergate-Skandal und einer Reihe von Demonstrationen und Unruhen geplagt war, stieg die Gewaltbereitschaft urplötzlich sprunghaft an. Insbesondere gegenüber Frauen. Mordfälle nahmen um 62% zu, Verwaltigung um 116%. Obwohl der Begriff des Serienkillers damals noch gar nicht gebräuchlich war, nützte ein Mann im Verborgenen eben jene Krisenjahre, um seine Gewaltfantasie in Wirklichkeit werden zu lassen. Als immer mehr und mehr Frauen in Seattle auf mysteriöse Weise verschwanden, wurde die Region von einer Welle der Angst überspült. Besonders junge Frauen und Mädchen waren betroffen, die gerade erst von zu Hause ausgezogen waren, um zu studieren, ein neues unabhängiges Leben zu beginnen. Bei der Auswahl seiner Opfer zeigte Ted Bundy tatsächlich ein ähnliches Muster wie Jeffrey Dahmer. Scheinbar spielten hier nämlich die sexuellen Vorlieben eine entscheidende Rolle. Denn Bundy konzentrierte sich nicht nur auf das Geschlecht seiner Opfer. Auffällig war, dass er junge Frauen mit langem, dunklen Haar bevorzugte. Viele seiner Opfer wiesen sogar eine verblüffende Ähnlichkeit in ihrem Aussehen auf. Wäre es also nicht naheliegend, dass eine sexuelle Motivation hinter seinen Verbrechen stecken könnte? Auf der anderen Seite könnte ähnlich wie bei Jack the Ripper ein tief verwurzelter Hass gegenüber Frauen eine Rolle gespielt haben. Was meint ihr? Ich meine, gehen wir dem ganzen Mal auf die Spur. Angesichts der äußerst verstörenden Natur dieses Falls und aus Respekt gegenüber den Opfern und ihrer Familien werde ich wie gewohnt bewusst Details über die Verbrechen Ted Bundys auslassen. Die schiere Anzahl und Komplexität der Fälle macht es uns ohnehin unmöglich in diesem Video jeden einzelnen vermissten Fall detailliert zu behandeln. Und jeden einzelnen davon auch nur ansatzweise gerecht zu werden, Leute. Stattdessen werden wir es so machen, dass wir uns auf einen spezifischen Vorfall konzentrieren, der an den Ermittlungen gegen Bundy eine Schlüsselrolle spielte. Nachdem bereits mehrere junge Frauen im Bundesstaat Washington spurlos verschwunden waren, ahnte Carol D'Aaron gerade einmal acht... Wann war das? ...zehn Jahre alt. Also zu welcher Zeit? Ich habe letztens erst ein Instagram-Reel gesehen, wo einer nämlich gesagt hat so, yo, haltet mich bitte nicht für dumm, aber ich dachte so, Picasso hat so im Jahr 1500 gelebt und dann ist er einfach, wann ist er gestorben? 1973 oder so? Das war 1984, okay. Irgendwie so in 1970ern oder sowas ist er gestorben. Bruder, da war ich auch ein bisschen so geflasht. Ich dachte, der hat damals so mit Leonardo DiCaprio und sowas gezeichnet. Noch nicht, dass der 8. November 1974 Weißt du was? Ich sag gleich dazu, es war nicht Leonardo DiCaprio, weil sonst lande ich in irgendeinem Facebook-Post bei irgendwelchen Ü70-Menschen, die dann sagen, oh je, und die, und diese blöden Streamer, die haben keine Ahnung. ...durch ihr Leben verändern sollte. Denn während sie durch das Einkaufszentrum in Murray, am Vorort von Salt Lake City, schlenderte, kam ein junger Mann auf sie zu, der sich zunächst als Polizeibeamte ausweisen konnte und teilte ihr mit, dass ihr Auto aufgebrochen worden sei. Als sie ihr darauf anbot, sie zur Polizeistation zu fahren, um dort Anzeige zu erstatten, wusste Carol noch nicht, mit wem sie es hier wirklich zu tun hatte. Im Gegenteil. Dankbar für seine augenscheinliche Hilfsbereitschaft, folgte sie ihm zu seinem VW-Käfer. Also das ist schon ein Flex. Mein Opa hatte auch einen Käfer und das ist so ein der Drip bei dem Auto. Ich meine, das ist AI generiert, denke ich, oder? Was ist mit dem Hinterrad hier passiert? Der Drip und der reine, pure Swag an dieser Karre ist unmatched. Unfassbar. Doch der Wagen steuerte nicht etwa die Polizeistation an, sondern fuhr in eine ganz andere Richtung, was die junge Frau äußerst misstrauisch machte. Also konfrontierte sie den Mann damit, aber statt einer Antwort zückte der ein paar Handschellen, um sie damit zu fesseln. Doch das Mädchen wehrte sich mit aller Kraft und ihr gelang es tatsächlich, sich aus dem Griff ihres Angreifers zu befreien und zu fliehen. Um es mit den Worten des Polizeichefs von Seattle, Robert Hanson, zu sagen, sie verschwanden einfach ohne ersichtlichen Grund. Wir sind ziemlich sicher, dass auf die ein oder andere Weise ein Verbrechen vorliegt und wir glauben, dass wir noch nicht am Ende unserer Möglichkeiten sind. Es besteht eine gute Möglichkeit, dass so etwas wieder passieren könnte. Dass sie es hier mit einem Serienkiller zu tun hatten, war den Ermittlern zu dieser Zeit zwar noch nicht bewusst, das sollte sich jedoch bald ändern. Der Fall Ted Bundy ist in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich, nicht zuletzt wegen der umfangreichen Interviews, die Bundy selbst gab. In diesen Aufnahmen, die eine zentrale Rolle in der Netflix-Dokumentation Ted Bundy, Selbstporträt eines Serienmörders, spielen, präsentiert Bundy seine Taten aus einer klinischen Perspektive. Fast so, als würde er über eine andere Person sprechen. Er war selbst ein Psychologieabsolvent und analysiert die Morde, ohne dabei seine direkte Beteiligung zu erwähnen. Und die schiere Fülle an Material, die uns zur Verfügung steht von diesen Netflix-Dokumentationen, über hunderte von Zeitungsartikeln, Büchern bis hin zur alten Aufzeichnungen von Interviews und Gerichtsverhandlungen, zeigt die Komplexität dieses Falls und die vielschichtige Persönlichkeit Bundys. Das ist aber schon crazy. Vor allem, du hast ja immer wieder Leute, die sehr unterschiedlich drauf reagieren, also generell solche, also generell sehr, sehr viele Leute, die halt auch einfach gar nicht so, also die das entweder verstehen oder nicht verstehen, aber die Leute, die das verstehen und die das halt so extrem kalt lässt, das sind ja überhaupt die krassesten Fälle. Und da sind so Interviews und sowas auch extrem wertvoll, einfach für das Verständnis, dass es wirklich Leute geben kann, denen das halt so unfassbar egal ist und die das halt so sehr detailliert erzählen, ja, dann habe ich das und das gemacht und dann habe ich dies und das gemacht und dann habe ich da die Handschellen rausgenommen und dann wollte ich die Frau fesseln und sowas und das halt einfach so komplett so, als wäre es halt gar nichts. Weißt du, was ich meine? Und da denke ich mir dann auch, okay, eigentlich interessant, dass halt, du siehst es ja immer wieder, dass dann zum Beispiel Leute sehr, sehr dedicated hinter irgendeiner Sache sind oder halt sehr, sehr viele Emotionen. Hast du eine Hose an? Ja, ich habe eine Hose an. Ich werde nicht aufstehen, weil ich habe keine Hose an. Weil, dass so Leute sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Emotionen quasi bei irgendeiner Sache haben, jetzt zum Beispiel bei ihrem Haustier oder sowas, aber halt für andere Menschen so überhaupt gar keine und das dann so komplett clean, also, also wie sagt man, so komplett clean und ohne irgendwelche Emotionen halt erzählen, wie sie halt dann Leute ermordet haben. Das ist sau faszinierend. Andy war ein Meister darin, seine wahren Absichten zu verschleiern und viele mit seinem Saubermann-Image zu täuschen. Und diese Diskrepanz zwischen seinem öffentlichen Auftreten und seiner Gewaltbereitschaft, die fast immer fatal endete, ist schlichtweg beängstigend. Und hier begegnet uns das bekannte Phänomen. Eine rollige Fangemeinde, die sich um Täter wie Bundy und Dahmer scharrt. Völlig geblendet von ihrem Charme und gutem Aussehen. Pretty Privilege entered the Kurt Room. Ich finde ja, die Besetzung von Bundy mit Zac Efron im Film Extremely Wicked, Shockingly Evil and Wile verstärkt die bizarre Faszination, die von solchen Figuren ausgeht. Und da drängt sich... Und es ist halt auch irgendwo Status. Ich meine, natürlich ist es kein positiver Status, aber du hast extrem viel... Du hast eine hohe Präsenz an Aufmerksamkeit und sowas. Und das vermittelt, glaube ich, in deinem Gehirn auch irgendwo ein falsches Bild. Weißt du, was ich meine? Nur weil Ted Bundy jetzt quasi das gemacht hat, ist er nicht irgendeine Person von Wert oder sonst was. Trotzdem ist es halt so, oha, es ist Ted Bundy, es ist der Typ. Weißt du, was ich meine? Halt mir die Frage auf, wie ein solcher Fall in der heutigen Zeit aussehen würde. Randy, das war ein unglaublich ambitionierter Mann, der mit seinem guten Aussehen und seiner charmanten Art definitiv auf Social Media unglaublich erfolgreich gewesen wäre. Doch was wäre, wenn ans Licht käme, dass ein Influencer von so einem Kaliber für den Tod von über 30 Frauen verantwortlich ist? Und wer weiß, ob es so eine Person nicht tatsächlich gibt. Okay, ich wollte euch jetzt keine Angst... Damals, der war bei Knudels und sowas, das war ein hoher Rang. Gott sei Dank bin ich nicht so hübsch und charismatisch. Könnt ihr ja gerne mal in den Kommentaren eure Gedanken dazu dalassen. Wie wurde Ted Bundy denn letztlich gefasst? Tatsächlich hatte die Taskforce in Seattle, die zu diesem Zeitpunkt fast rund um die Uhr an den Vermisstenfällen arbeitete, bisher kaum einen brauchbaren Hinweis erhalten. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Ermittler lediglich eine vage Beschreibung des Verdächtigen erhalten, nachdem im Sommer 1974 zwei Frauen am Lake Shamish verschwunden waren. Einige Zeugen hatten einen attraktiven dunkelhaarigen Mann, der eine Schlinge um einen Arm trug und offensichtlich verletzt war, dabei beobachtet, wie er einige junge Frauen am Strand ansprach, mit der Bitte, ihm dabei zu helfen, sein Segelboot auf das Autodach seines VW Käfers zu laden. Aber siehst, Ted Bundy hatte einen Hund, das zeigt mir auch schon, du geltest dir einen Hund in den meisten Fällen, weil du dich um ein Tier kümmern möchtest, weil dir das Spaß macht und weil du da Liebe dafür empfindest. Und dann sind, und dann, ja... Er stellte sich als Ted vor. Trotz der Beschreibung des Verdächtigen konnte die Polizei diesen ominösen Ted nicht ausfindig machen. Ihr fragt euch sicher, aber was war mit dem Wagen, Alex? Naja, zu dieser Zeit fuhren etwa 42.000 VW Käfer in dem hellen Beige-Ton, den die Zeugen beschrieben hatten, über die Straßen Washingtons. Außerdem war es nicht besonders hilfreich, dass die Ermittler tausende von Hinweisen bearbeiten mussten, insbesondere von Frauen, die die Befürchtung hatten, ihr Freund könnte der Täter sein. Der unaufhaltsame Strom von unbrauchbaren Hinweisen führte immer wieder ins Leere, bis ein Mädchen aus Salt Lake City, gerade einmal 18 Jahre alt, völlig aufgelöst, einen Vorfall mit einem Mann meldete, der sie bedroht und versucht hatte, sie zu entführen. Zunächst wusste die Polizei nicht, dass diese beiden Vorfälle miteinander in Verbindung standen. Auch wenn sich die Zeugenaussagen vom Lake Shamash mit denen des Mädchens deckten, was die Beschreibung des Täters und seines Fahrzeugs anging. Doch als im Frühjahr des folgenden Jahres eine Gruppe Studenten die Leichen der vermissten Mädchen in den Taylor Mountains Washington gefunden hatten, wurde den Ermittlern schlagartig bewusst, dass sie von der gleichen Person umgebracht worden waren. Denn dort tauchten Frauen auf, die an verschiedenen Orten verschwunden waren. Nur gaben die sterblichen Überreste bedauerlicherweise keine Hinweise darauf, was mit dem Mädchen passiert war. Nur wenige Monate später, im August 75, hatte ein Polizist in Utah einen verdächtigen Mann festgenommen. Eines Nachts war der Autobahnpolizist Bob Hayward in einem Wohngebiet in der Nähe von Salt Lake City unterwegs. Er sah diesen VW, der ohne Licht die Straße entlang fuhr. Das machte ihn sehr misstrauisch und er versuchte, das Fahrzeug anzuhalten. Der Fahrer entzog sich und er jagte ihn, bis er ihn schließlich stoppen und an die Seite ziehen konnte. Und in diesem Wagen wurde ein kleines DIY-Serienmörder-Kit gefunden, bestehend aus einer Skimaske, einem Eispick. An der Brechstange, Strumpfhosen und Handschellen. Du hältst wen an? In einem beigen, was war das? Ein beiger Dings da. Wie heißt denn der Scheiß? Käfer. Und der hat das bei sich. Eine Skimaske. Naja, es ist kalt. Ein Eispick. Wenn es kalt ist, gibt es auch Eis, Herr Officer. Eine Brechstange. Ich habe meinen Schlüssel verloren zu Hause. Eine Taschenlampe. Naja, ich sehe ja nichts. Ich habe es nicht gesehen. Meine Lichter, die funktionieren nicht. Na oida, Fuchs. Na oida. Also Dinge, die natürlich jeder normalerweise in seiner Sporttasche dabei hat. Nicht wahr? Sehr ungewöhnlich. Und so hatte die Polizei rein zufällig den Entführer Carrots geschnappt. Kurze Zeit später konnte die junge Frau den Verdächtigen als den gesuchten Täter identifizieren und die Ermittlungen gegen Ted Bundy nahmen ihren Lauf. Zu dieser Zeit wurden Stimmen laut, die es für möglich hielten, dass Utah Ted und Seattle Ted ein und dieselbe Personen waren. Und das veranlasste die verschiedenen Gerichtsbarkeiten dazu, die vermissten Fälle in den jeweiligen Zuständigkeitsbereichen miteinander zu vergleichen, was zu der damaligen Zeit noch relativ ungewöhnlich war. Ermittler aus mehreren westlichen Bundesstaaten treffen sich heute in Aspen, um Informationen über Fälle von Mr. Frauen auszutauschen, die mit Theodore Robert Bundy in Verbindung stehen könnten. Es ist echt so crazy, dass halt so, wenn du so drüber nachdenkst, damals, ähm, so vor, sagen wir so 1800, in den 1800ern quasi, da sind nicht viele Serienmörder wirklich so am Start gewesen. Oder du hast es halt einfach nicht so connected, weil wie er gerade eben gesagt hat, Bruder, das war damals einfach nicht so ein Thing, dass du halt von mehreren Situationen, von mehreren, ähm, Orten diese Zusammenhänge erkennst und das dann auch als einen Fall quasi deklarierst und dann auch einen Tatverdächtigen hast und den dann versuchst, da so zu connecten und sowas. Ich denke mal, 1800, 1700 und sowas, da haben die Menschen mit anderen Sachen gekämpft, äh, also zu kämpfen gehabt, äh, wie mit, äh, Krankheiten oder so, was weiß ich. Ich war da nicht am Start, keine Ahnung. Es ist die erste Konferenz. Was ist 1700 passiert, außer gar nichts? ...dieser Art, die mehrere Bundesstaaten umfasst. Bundy war sich der bis dahin Mangel... Nennt mir einen Fakt, der zwischen 1700 und 1799 passiert ist. Okay. Und, und, äh, 1800 passiert ist. ...und, und, äh, 1800 passiert ist. ...und, und, äh, 1800 passiert ist. ...und zwischen den Bundesstaaten bewusst. Er nutzte diese Umstände für seinen Vorteil, indem er zwischen verschiedenen Bundesstaaten wechselte, um in einem neuen Zuständigkeitsbereich weiter seine Verbrechen begehen zu können und das ohne großes Aufsehen zu erregen. Nachdem man Bundy während der Ermittlungen im Fall Carol D'Aaronch für eine Evaluierung im Utah State Prison gefangen hielt, ergab eine Hausuntersuchung, dass Bundy womit... ...ja, Red Dead Redemption 2, ja. Adi, da ging ich nicht von den Primes ab. USA ist passiert. ...wirklich etwas mit dem Verschwinden und der Ermordung Karen Campels zu tun hatte. Karen war während eines Ausflugs in Colorado als vermisst gemeldet und später tot aufgefunden worden. Bundy wurde darauf wegen Mordes an Karen Campbell angeklagt, doch war er sich sicher, dass er diesen Prozess gewinnen konnte. Während der Vorbereitung seiner Verteidigung erhielt Bundy die Erlaubnis, die Bibliothek des Gerichts für seine Recherchen zu nutzen. Und das war ein folgenschwerer Fehler, denn Bundy hatte bereits den Entschluss gefasst zu fliehen. Er nutzte einen Moment der Unachtsamkeit auf, sprang aus einem Fenster am ersten Stock und entkam so den Wachmännern, die vor der Tür positioniert waren. Ich, also entschuldige... Warum überhaupt vor der Tür? Die können auch einfach drinnen schillen, die können auch was lesen. Aber wie kann sowas passieren? Als wäre er nur ein einfacher Taschendieb und nicht der verdächtigende Mordfall gewesen. Allerdings sollte es nicht lange dauern, bis die Polizei Bundy bei dem Versuch aufgreifen konnte, die abgeriegelte Stadt zu verlassen. Puh, nochmal Glück gehabt. Doch während er im Gefängnis auf den Prozess im Fall Karen Campbell wartete, gelang es ihm, am 30. Dezember 1977 erneut aus den Fängen der Justiz zu entkommen. Und ich wünschte, es wäre ein Scherz, aber ich muss euch leider enttäuschen, meine Freunde. Bundy hungerte sich so weit herunter, dass er durch ein Loch in der Decke seiner Zelle schlüpfen konnte. Was? Die Ermittler hatten keine Ahnung, wo er sich befinden konnte. Ihm gelang es sogar. Was? Das muss ja dann original... Okay, das ist dann so... So ein Loch. So ein Loch. Zack. So ein Loch ist in deiner Decke, in deiner Prison Cell. Und du denkst, ah ja, wurscht. Der wird ja eh nicht durchpassen. Der ist eh ein bisschen zu blad dafür. What the fuck? Ich dachte, der ist irgendwie crazy entkommen oder sowas. Nee, da war einfach... Da war einfach sein Exit. War einfach in seiner Zelle drinnen. ...sogar mehr als einen Monat unentdeckt zu bleiben. Und diese Zeit nutzte Bundy, um in Florida weiter zu morden. Und wenn überhaupt möglich, nahm seine Methoden danach noch an Brutalität zu. In der Nacht des 15. Januar 1978 drang er in das Chi Omega Schwesternhaus an der Florida State University in Tallahassee ein und wütete dort wie ein Besessener. Die zwei Mädchen, die er dort schlafen vorfand, waren kaum wieder zu erkennen, nachdem er in ihr Zimmer eingedrungen war. Ähnliches galt für die Frauen, die diese Nacht schwer verletzt überlebt. Es gab jedoch eine Zeugin, die beobachtete, wie Bundy das Haus verließ. Etwa einen Monat später traf Bundy bedauerlicherweise in Lake City, Florida, auf sein letztes und wohl jüngstes bekanntes Opfer. Die zwölfjährige Kimberly Leach. Allerdings sollte Bundy kurze Zeit später erneut in eine Verkehrskontrolle geraten, als ein Polizeibeamter in Pensacola, Florida, sein verdächtiges Fahrverhalten bemerkte und somit wieder in die Obhut der Polizei kam. Der muss wohl einfach richtig scheiße Auto gefahren sein. Hat er denn nicht aus dem letzten Mal gelernt? Ich bin kein Tier, ich bin nicht verrückt, ich habe keine gespaltene Persönlichkeit. Ich meine, ich bin einfach ein normaler Mensch. Auch wenn Bundy seinen eigenen Worten selbst gerne Glauben geschenkt hätte, tun wir ihm sicherlich nicht den Gefallen. Denn wie wir bereits gelernt haben, liegt die Antwort darauf, was ein Mensch dazu treibt, solche abscheulichen Taten zu begehen, zum Teil tief in der Vergangenheit begraben. Ted Bundys Leben stand schon zu Beginn unter keinem guten Stern. Geboren am 24. November 1946 in einem Heim für unverheiratete Mütter in Burlington, Vermont, verbrachte er die ersten zwei Lebensmonate in der Obhut von Fremden. Denn seine Mutter Elena Luce Corwell wollte den Säugling zunächst zur Adoption freigeben. Hier in einer Welt, die nach außen hin normal wirkte, lernte Ted die Kunst der Täuschung kennen. Eine Fertigkeit, die er später perfektionieren sollte. Hinter verschlossenen Türen sah es ganz anders aus. Ted wuchs in dem Glauben auf, Luis sei seine Schwester, nicht seine Mutter. Eine Lüge, die er schon früh durchschaut. Mal ganz davon abgesehen, dass Großvater Corwell, ein jähzorniger alter Mann, seine Wut regelmäßig an seiner Familie ausließ, gehen Experten davon aus, dass er den Jungen auch körperlich und psychisch mitbrauchte. Denn wie erklärt man sich denn das Verhalten eines Kindes, das Messer um den schlafenden Körper seiner Tante platziert? Ein Zeichen tiefgreifender Traumata vielleicht? Woher kommt das wohl? Als Bandy drei Jahre alt war, nahm ihn seine Mutter mit nach Tacoma in Washington. Dort lernte Luis schließlich Johnny Bandy kennen und auch lieben. Ted fühlte sich zunehmend isoliert. Seine Beziehung zu seiner Mutter kühlte mit der Zeit immer mehr und mehr ab und die Geburt seiner Geschwister, na, die verbesserte seine Situation nicht gerade. In dieser Zeit formte sich ein junger Mann, der später behaupten würde, er sei nie wirklich geliebt worden. Bandy präsentiert. Ted ist nicht beim Vorbild, aber einer von dem man lernen kann. Was willst du von dem lernen? Er sentierte seine Schulzeit oft als glückliche Phase. Was du lernen kannst, ist, dass du Leute manipulieren kannst und dass du Leute auf deine Seite ziehen kannst mit sehr weirden Techniken und sowas. Aber das ist keine gute Sache. Das Ding ist halt, er ist halt auf jeden Fall jemand, der kann nicht auf einem Spot bleiben und sowas. Er ist halt jemand, der, ich weiß nicht, wie er halt mit den Menschen so per se umgegangen ist, also quasi wie er mit ihnen geredet hat und was er ihnen erzählt hat und sowas. Aber ich bin mir sicher, dass er sowas wie, keine Ahnung, vielleicht so ein bisschen narzisstisch ist oder sowas auf die Art. Und das sind Menschen, die müssen die ganze Zeit irgendwo herumreisen, weil irgendwo, wenn du dich halt dann gefestigt hast in deinem Umfeld und du tust so, als wärst du ein ganz anderer Mensch, als du eigentlich bist, irgendwann kommt das halt raus. Und wenn es halt rausgekommen ist, dann musst du halt wieder weiterziehen und dann musst du dich wieder in einer neuen Umgebung wiederfinden, wo du deinen gleichen, deinen gleichen Stick quasi neu einarbeiten kannst und sowas. Er kann auch niemanden richtig lieben. Also auf jeden Fall, schau, das Ding ist halt bei sehr, sehr vielen, so Serienmördern und sowas, geht das halt extrem viel so aus der Kindheit hervor, weil ich glaube auch nicht, dass Menschen generell so geboren werden. Es kann sein, dass du irgendwas, dass irgendwas mit deinem Gehirn quasi, dass du einen Defekt hast oder was weiß ich was, dass irgendwas nicht korrekt sich entwickelt hat und dass du deswegen vielleicht Aggressionsprobleme hast und dass du dann deswegen auf irgendwelche Rampage, wie sagt man, Streaks gehst oder wie auch immer und dass du dann halt Leuten wehtust, aber das ist ja wirklich ein kalkuliertes Verhalten, das er an den Tag gesetzt hat, das er über mehrere Jahre ausgelebt hat und er hat sich gedacht, ah okay, jetzt bin ich entkommen, sehr gut, jetzt kann ich halt damit weitermachen, wo ich halt angefangen habe und du denkst dir, okay, wie lange wäre das weitergegangen und wahrscheinlich wäre es halt wirklich so lange weitergegangen, bis er halt selber nicht mehr hätte weitermachen können und das ist halt das Ding und es gibt einfach solche Leute jetzt gerade, vielleicht sogar unter uns, die gerade jetzt als Kind keine schöne Kindheit genießen und die dann irgendwann einmal einen Schaden davon tragen werden und da kannst du halt nichts anderes machen, als so früh wie möglich eben darauf plädieren, dass wenn du halt Probleme hast in deiner Familie und wenn du halt vielleicht eine schwere Kindheit genießt, dass Leute darauf aufmerksam werden und dass dann vielleicht sogar das Jugendamt einschreitet oder sowas, ich habe von einem Typen was gehört, der, na, möchte ich gar nicht damit anfangen, aber er hat nicht verstanden, warum er seine Kinder, auf YouTube habe ich das gesehen, warum er seine Kinder verloren hat und sowas und er hat halt damals, er hat halt ein großes Drogenproblem gehabt und sowas und jetzt die Wohnung, in der er lebt, er hat keine Badewanne und er hat keine Ausstattung für Kinder und die Heizung funktioniert nicht, aber das ist ja eh wurscht, weil er hat gesagt, er kann sich einfach mit Decken zudecken und sowas, ganz weird und ich finde, da ist dann auch notwendig, auch wenn es sehr hart ist, dass das Jugendamt oder dass den Kindern erstmal eine andere Familie vielleicht sogar bereitgestellt wird, die sich halt wirklich darum kümmert und die vielleicht keine Kinder bekommen kann, aber sich halt so liebendst eins wünscht und das auch wirklich mit Liebe dann auch befüllt, so wie Torek, die Jesusliebe in dich reinfüllt und das ist halt genau das, was Kinder brauchen, ne? Ey, der Baron Felix, vielen, vielen Dank für elf Mönnertchen. Doch die Realität sah anders aus. Der allseits beliebte und athletische Ted war in Wahrheit ein Einzelgänger, der auf der Ersatzbank saß. Seine Unsicherheit im Umgang mit Frauen, die er später zugab, war nur ein weiteres Puzzlestück in dem komplexen Bild, das sich um Ted Bundy formte. Vielleicht hätte er sich als Jugendlicher mehr mit seinen Ja, 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 safe, da psychologisch und sowas warst du da safe, noch nicht auf der, auf der Höhe, sag ich jetzt mal, da weißt, Mitmenschen beschäftigen sollen, als Hefte zu lesen, in denen Missbrauch und Mord verherrlicht wurden. So wie ihr, die ihr euch mit True Crime auseinandersetzt. Und vermutlich hat ihm auch keiner gesagt, dass es nicht gerade zum guten Ton gehört, seine Nachbarn auszuspionieren. Im Übrigen ist Voyeurismus häufig ein Vorzeichen für s***uelle Gewalt. Mal nur so am Rande erwähnt. Während seines Studiums an der University of Washington schien sich sein Glück allerdings gewendet zu haben. Dort lernte er Diane Marjorie John Edwards kennen. Eine Frau mit Klasse. Und sie hatte das, was er sich immer gewünscht hatte. Geld, Macht, Prestige. Nach seinem Psychologiestudium hegte er den Wunsch, an den Eliteuniversitäten des Landes Jura zu studieren. Dort die Realität holte ihn schnell wieder ein, als er an den Zulassungsprüfungen scheiterte. Kurz darauf ging auch die Beziehung in die Brüche, mit der er sich erhofft hatte, in die höheren Gesellschaftskreise aufsteigen zu können. Und dann hörte Diane auf zu schreiben. Und ich begann Angst zu bekommen, was sie wohl machte. Ich hatte dieses überwältigende Gefühl der Zurückweisung, das nicht nur von ihr, sondern von allem ausging. Das Ende dieses Sommers ist wirklich eine Leerstelle. Ich meine, es war ein Albtraum für mich. Irgendwo darin war der Wunsch nach einer Art Rache an Diane. Ich weiß nicht, was zum Teufel ich getan habe. Naja, die Antwort auf diese Frage, die kennen wir alle. Ted Bundys einnehmende Persönlichkeit wurde während des G-Omega-Gerichtsverfahrens im Juli 79 deutlich. Er war klug, eloquent und unglaublich arrogant. Ein Grund, warum der Gerichtssaal stets mit jungen Frauen gefüllt war, die versuchten, über Notizzettel Kontakt zu dem Frauenmörder aufzunehmen. Groupies, wer kennt es nicht? Trotz des Teams aus mehreren Anwälten war er der Überzeugung, er sei selbst in der Lage, sich zu verteidigen, obwohl er kein zugelassener Anwalt war. Bundy war sich seiner Sache ziemlich sicher, doch die Anklage brachte ein Beweismittel vor, das zu diesem Zeitpunkt noch nie in einem Verfahren verwendet wurde. Wahrscheinlich Fingerabdrücke, oder? Oder, Bissabdrücke. Dr. Richard Sauvignon, ein forensischer Odontologe, war überzeugt, dass die Spuren, die auf einem der Opfer gefunden wurden, nur von Bundy stammen konnten. Das Urteil, das Bundy am 24. Juli erwartete, schien ihm selbst am meisten zu überraschen, denn die Geschworenen befanden ihn für schuldig. Kurze Zeit später folgte dann der zweite Schuldspruch im Fall der zwölfjährigen Kimberly. Doch nicht ohne die Gelegenheit zu nutzen, seiner damaligen Freundin Carol Boone in Anwesenheit von Gerichtsbeamten einen Heiratsantrag zu machen, was die beiden zu rechtsgültigen Eheleuten machte. Man kann sich nichts romantischeres vorstellen, oder? Natürlich tun mir jetzt die anwesenden Grobis ein bisschen leid, ne? In der Hoffnung, seine Hinrichtung weiter hinaus zögern zu können, fing er an, seine Taten zu gestehen. Auf die Frage hin, wie vielen Frauen er auf so brutale Weise das Leben genommen hatte, antwortete er ganz nonchalant, Wir kamen auf 30. Ich meine, wir haben sie zusammengerechnet. Ich werde es zusammenfassen. Kalifornien, Oregon, Washington, Idaho, Utah, Colorado und Florida zwischen 73 und 78. Doch das Datum stand fest und der elektrische Stuhl wartete bereits auf ihn. Am 24. Januar 89 wurde dann schlussendlich die Todesstrafe vollstreckt. Doch nicht ohne ein wahres Spektakel. Journalisten und Kameras, so weit das Auge reichte, Schaulustige, die mit Schildern herumliefen und Burn, Bundy, Burn riefen oder T-Shirts und andere Souvenirs verkauften. Ein ganz normaler Jahrmarkt eben. Einen letzten Wunsch hatte Bundy jedoch, dass eine Asche in den Cascade Mountains verstreut werden soll. Ich hoffe, die wurde einfach irgendwo im Müll entsorgt. Da er dort so viele schöne Stunden verbracht hatte. Ja, da hatte er ja auch sehr viele von seinen Opfern zurückgelassen. Vermutlich kein Zufall. Wie immer drängt sich mir an dieser Stelle die unweigerliche Frage auf, wie ein Fall wie dieser überhaupt solche Dimensionen annehmen kann. Es hat ein bisschen was damit zu tun, dass auch in diesem Fall die Polizei sich selbst im Weg stand. Ein entscheidender Aspekt war zweifelsohne die mangelhafte Kommunikation zwischen den jeweiligen Zuständigkeitsbereichen. Ein Netz aus verlorenen Fäden in einem Gewirr aus Missverständnissen und Bürokratie. Die bruchstückhafte Vernetzung, gepaart mit der damaligen Abwesenheit fortschrittlicher Technologien wie der DNA-Analyse, schuf einen Nährboden, auf dem die Gewaltfantasien eines Täters wie Bundy gedeihen konnten. Ja, das habe ich mir gedacht. Das war die Peak-Zeit, wenn du halt irgendwie sowas machen wolltest, vor DNA. Da hast du ja auch nicht gewusst, dass DNA irgendwann nochmal kommen wird oder sowas. Also generell, wenn Ted Bundy damit davongekommen wäre, dann hätten sie das Safe irgendwann mal im Nachhinein quasi nochmal ausfindig machen können. Aber das ist halt also DNA ist sehr, sehr crazy. Sehr, sehr crazy, weil du dann auch im Endeffekt bei, ich weiß nicht, 20, 30, 40 Jahre in der Vergangenheit theoretisch, oder ich weiß nicht, wie lange DNA bestehen bleibt, wahrscheinlich für immer so ungefähr, Sachen quasi ausfindig machen könntest. Und das war ja damals nicht gegeben. Und ich denke mir, das war wahrscheinlich deswegen, und gepaart natürlich auch mit dieser Unwissenheit Unwissenheit und mit dieser nicht wirklich mit etwas anfangen können Heid von der Polizei, weil damals so viele Serienmörder gab es das auch nicht wirklich. Also zumindest wüsste ich halt von nichts. Also generell, die 1900er waren ja sehr, sehr befüllt mit sehr vielen Leuten, die sehr lange mit Sachen davongekommen sind. Ich denke, heutzutage gibt es immer noch viele Serienmörder, die die immer noch auf freiem Fuß wären oder die immer noch aktiv wären oder sowas, wenn sie nicht schon längst gefasst worden wären. Leute, die schreckliche Taten getan haben, die aber früh genug geschnappt wurden, bevor es zu einer Ted Bundy-Legacy hätte kommen können. Doch dürfen wir nicht außer Acht lassen, dass Bundy im Nachhinein erklärte, dass er die Schwachstellen des Systems kannte, da er mit dem juristischen Prozess vertraut war. Naja, und es grenzt ein wenig an Ironie, dass Bundy gleich zweimal aus der Haft entkommen konnte. Das erste Mal könne man als einen unglücklichen Vorfall abtun, denn wer ahnt schon, dass sich dieser Mann freiwillig aus einem Fenster stürzt. Aber nachdem man in Erfahrung gebracht hatte, dass er tatsächlich dazu bereit ist, naja, das ist ein bisschen bedenkt. Naja, dann stecken wir in einer Zelle mit einem Loch drin, denn scheinbar unterschätzten die zuständigen Ermittler, wie gefährlich Ted Bundy tatsächlich war. Doch gibt es nun eine eindeutige Antwort auf die Frage, welches Motiv hinter den grausamen Verbrechen Ted Bundys steckte? Bundy selbst äußerte sich zu seinen Verbrechen. Wir können allgemein feststellen, dass Manifestationen dieses Zustandes dieser Personen in Richtung sexueller Natur neigen, die Gewalt involviert. Jedoch hat es nur Bedeutung im Kontext eines viel breiteren Schemas von Dingen. Das bedeutet Besitz, Kontrolle, Gewalt. Wer braucht schon Experten, wenn man seine eigenen Verbrechen so umfassend analysieren kann, oder? Wie praktisch. Spaß beiseite, meine Freunde. Bundys Aussagen liegen nahe, dass seine Verbrechen teilweise sexuell motiviert waren, wobei auch Macht eine große Rolle spielte. Kommt uns das nicht irgendwie bekannt vor? Seine Verhaltensmuster weisen tatsächlich erschreckende Ähnlichkeiten mit den anderer bekannter Täter wie Kroll und Dahmer auf. Sie alle waren Einzelgänger und erfuhren in ihrem Leben wenig Zuwendung oder Zurückweisung. Die Machtlosigkeit, den Einflüssen ihrer Umwelt oder dem eigenen Schicksal hilflos ausgeliefert zu sein, kann zu Isolation führen, was wiederum dazu führen kann, dass man mehr und mehr den Bezug zur Realität verliert, wie wir bereits gelernt haben. Im Fall Bundy könnte dies ebenfalls von Relevanz sein. Denn nach der Trennung von seiner damaligen Freundin Diane Marjorie Jean Edwards könnte er seine Frustrationen über anhaltende Misserfolge in seinem Leben und den Groll gegenüber seiner Freundin und womöglich auch gegenüber seiner Mutter, die ihn vermeintlich nie geliebt hatte, an anderen Frauen ausgelassen haben. Zumal seine Opfer eine bestechende Ähnlichkeit zu seinen damaligen Freundinnen aufwiesen. Zufall? Schwer zu beurteilen. Denn wir werden nie mit Gewissheit sagen können, welche menschlichen Abgründe diesem tragischen Fall letztendlich zugrunde liegen. Was haltet ihr von dieser Ja, genau, kann man es wirklich nicht festlegen, aber ich glaube schon, dass halt sehr, sehr viel, das meiste wird halt aus der Kindheit entstanden sein, aber generell auch, dass seine Partnerinnen da Ähnlichkeiten hatten mit den, mit seinen Opfern. 100 Prozent, 100 Prozent. Ich glaube auch nicht, das ein Zufall ist bei 30 Opfern, dass es alles nur Frauen waren und sowas, aber ich finde das so, es fasziniert mich echt, dass so viele Groupies, wie er gesagt hat, so viele Groupies so extrem präsent waren bei den ganzen Court Hearings und sowas, weil ich verstehe, okay, das ist hier eine krasse Sache und das ist irgendwie ein attraktiver Dude und der kommt sehr arrogant oder eloquent oder was weiß ich, Ello-Tricks rüber und trotzdem ist es halt irgendwie so, ja, keine Ahnung, wenn du jetzt wirklich mit dem irgendwas zu tun haben würdest, dann würdest du einfach draufgehen, so I don't know, ich gete es nicht. So These. Generell so dieser, dieser Fan, dieser Fandom für irgendwelche sehr prominenten Leute, die einfach schlechte Sachen gemacht haben, das ist einfach sehr, sehr ungut. Bundy, ein gnadenloser Killer, der seine wahren Absichten hinter einem charmanten Lächeln und seiner eloquenten Art verstecken konnte. Der markierte einen Wendepunkt in der amerikanischen Kriminalgeschichte. Dieser Mann hat das Bewusstsein der Öffentlichkeit und insbesondere der Strafverfolgungsbehörden dafür geschärft, dass es Individuen gibt, die in der Lage sind, wiederholt und ohne erkennbare Reue anderen Menschen das Leben zu nehmen. Safe, das hat eh vorhin irgendjemand reingeschrieben, weil das halt früher auch nicht ein Thing war. Da hat man nicht daran gedacht, dass es einfach Serienmörder gibt, ne? Crazy auch. Allerdings lösten die Taten dieses Mannes nicht nur Angst aus, denn diese paradoxe Anziehung, die besonders junge Frauen verspürten, die ironischerweise in Bandys Beuteschema zu passen schienen, bleibt ein verstörendes Phänomen, das ich mir beim besten Willen nicht erklären kann. Oder will. Der Fall Bundy steht für die dringende Notwendigkeit, die Kommunikationswege und Ermittlungsmethoden in der Strafverfolgung stets zu verbessern und zu verfeinern. Und er hält uns vor Augen, wie das Zusammenspiel von menschlichem Versagen und einem höchst manipulativen Verstand zu einer tödlichen Kombination werden kann. Die Verfolgung innovativer und fortschrittlicher Ansätze in der Kriminalistik ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass solche Tragödien nicht nur verhindert, sondern eines Tages vielleicht komplett ausgeschlossen werden können. Also man darf ja noch träumen, oder was meint ihr? Für heute war das eine ganze Menge, denke ich. Komplette Kontrolle des Startes. Ey, sehr, sehr gute Episode. Ich grätsche gleich mal rein. Schaut mal bei einem Eisbärkanal vorbei. Ich habe jetzt gar nicht mal so viel dazu sagen können, habe ich das Gefühl, aber das ist auch sehr, sehr spannend gemacht und sehr, sehr fesselnd gemacht, wie ihr das hier präsentiert habt. Ich denke generell, es ist sehr interessant, sich mit der Psyche von solchen Menschen eben auseinanderzusetzen und was könnte der Grund dafür sein, dass du sowas gemacht hast. Im Endeffekt, es gibt keinen einen Grund dafür, warum du vermehrt immer wieder Leute attackierst oder Leuten eben auch das Leben nimmst, so wie das im Fall von Ted Bunny war und das waren ja auch wirklich über 30 Leute oder genau 30 Leute, ich weiß nicht genau, von denen man überhaupt gewusst hat. Dir ist danke dir für den Sub und overall, herzlos, danke dir, overall denke ich, ist es gut, in solchen Cases so viele Informationen wie möglich aus der Person herauszubekommen, weil du das dann einfach psychologisch dann auf alle, auf, andere zukünftige potenzielle Täter oder Täter anwenden kannst. Es ist ein Verhaltens, Verhaltensmuster analysieren, auch die Menschheit da draußen aufklären, ey, wie funktionieren Leute, die dich einfach manipulieren, wie funktionieren Psychopathen, wie funktionieren Leute, die eben dieses gewisse Etwas haben und das halt für sich perfekt nutzen und wie vertrauenswürdig sind einfach Fremde, auch wenn sie nur vertrauenswürdig halt rüberkommen. und im Endeffekt jeder Fremde da draußen könnte dir schaden wollen, deswegen passt einfach auf euch auf und fühlt immer ein Katana mit euch mit, dass ihr euch verteidigen könnt. und dann